Rosalinde Haller ist noch erkrankt. Sie sendet Ihnen die besten Wünsche und auf diesem Weg die Tagesenergien. Tagesenergien, Samstag, 6. Februar von Rosalinde Haller. Es ist ein Schwendtag. Beginnen Sie besser nichts Großes, Neues. Ehrlichkeit wird eingefordert und zwar nicht vom Einzelnen, sondern von vielen. Die mentale Macht lässt Sie nichts Neues kreieren. Gehen Sie ins Freie, möglichst in den Wald. Das holt Sie aus dem Alltag und bringt Sie dazu neue Wege zu gehen. Geben Sie sich nicht mit Kleinigkeiten zufrieden. Sie können durchaus etwas Größeres weiterbringen. Die geistige Unterstützung vom Universum ist spürbar und gegeben. Die Bauernregel sagt, manchmal bringt uns Dorothee den allermeisten Schnee. TV 21 Austria Einfach anders! Einfach anders! Einfach anders!